Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute ein Glas mitgebracht, voll Wasser, halbvoll. Genau. Steht für die Frage, wie sind wir unterwegs, positiv oder negativ. Wir haben ja manchmal sogar die Tendenz, Negatives wollen zu vermeiden. Das ist an und für sich sehr lobenswert. Aber in der Sprache wirkt sich das sehr negativ aus. Der Klassiker ist ja da, mach ein bisschen, ich will nicht zu spät kommen. Und wer nicht zu spät kommen will, ist in der Regel immer knapp unterwegs. Was ist denn da die Tipp? Tue doch statt etwas Negatives vermeiden, das Positive suchen. Also mach ein bisschen, ich will pünktlich sein. In diesem Sinn, bleib gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Das ist ja da, mach ein bisschen, ich will nicht zu spät kommen. Das ist ja da, mach ein bisschen, ich will nicht zu spät kommen. Was ist ja dag, mach ein bisschen, ich will nicht zu spät kommen. Vielen Dank.